Ja, ich habe jetzt endlich mal Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek gelesen, hatte ich schon länger mal vor und ich fand es interessant, mal was anderes von Sebastian Fitzek zu lesen als seine Thriller, aber... Hi zusammen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mir ist bei Der erste letzte Tag von Sebastian Fitzek so aufgefallen wie noch nie eigentlich, dass ich es irgendwie nicht gewohnt bin, so krass aktuelle Bücher zu lesen. Also das ist jetzt keine Neuerscheinung mehr in dem Sinne, aber es ist zumindest so aktuell, dass Corona und Lockdowns darin vorkommen können und als ich über diese Stellen gestolpert bin, war ich wirklich so völlig verblüfft, warte mal, wie ist das möglich? Corona ist doch gerade mal so zwei Wochen alt. Ja, mir ist dann auch klar geworden, da habe ich irgendwie... Aber die meisten Bücher, die ich lese, sind einfach viel älter. Ich bin es gewöhnt, dass gefühlt John F. Kennedy Präsident der Vereinigten Staaten ist. Ich bin es gewöhnt, dass es keine Smartphones gibt, geschweige denn Instagram. Und das war erstmal sehr, sehr komisch hier und ich war die ganze Zeit so, wow, wow, wie ist das wirklich? Wie kann das so aktuell sein? Das war natürlich jetzt sehr, sehr subjektiv meine Lage einfach, weil ich natürlich auch viel Stephen King lese, wo sehr viel, sehr viel auch von dem alten Stuff so, was halt wirklich so 70er, 80er, 90er vielleicht. Und das ist jetzt wirklich schon brandaktuell. In der erste letzte Tag geht es um Livius und Lea, die sich zufällig am Münchner Flughafen treffen, weil ihr Flug abgesagt wurde und dann sich ein Mietwagen gemeinsam teilen, um nach Hamburg oder so zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und die beiden könnten unterschiedlich ja nicht sein. Livius ist halt so voll der Normalo und Lea also mehr die Hippie-mäßige, so wird sie ein bisschen introduced am Anfang. Das heißt, die beiden sind sehr, sehr unterschiedlich, verbringen aber jetzt eine sehr, sehr lange Autofahrt gemeinsam und kommen auf die Idee, so zu tun, als würden sie ihren letzten Tag auf Erden verbringen. Wie geht das wohl aus? Ich habe mal zu dem Buch die Kritik gehört, dass die Figuren einfach nicht so gut sind. Sebastian Fitzgerald kann ja nicht so gut Charaktere schreiben. Und ja, ich kann mal wieder sagen, ich finde es nicht so schlimm, nicht so krass. Klar, die Figuren sind jetzt nicht auf einem krassen, intellektuellen Mega-Niveau, aber ich finde, das braucht es auch immer nicht. Es sind schon Figuren, die sind nicht komplett blass. Wir haben halt hier diesen Normalo, den Linus, Livius? Livius und die komplett dazu konträre Lea, die also ein bisschen Hippie-mäßig ist. Und es ist ein bisschen klischeehaft fast, aber es stört mich nicht großartig. Es sind Charaktere, die man versteht, die so sprechen, wie es für ihre Charaktere, für ihre Eigenarten und so Sinn macht, Sinn ergibt. Und das passt. Und klar, es könnten tiefgründigere Charaktere sein, aber das muss auch nicht. Was mich dagegen viel mehr gestört hat, ist die Tatsache, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass Sebastian Fitzgerald sehr philosophisch veranlagt ist. Und das stört mich erstmal überhaupt nicht. Ich denke auch viel nach und vielleicht ist das so meine Lebensphase gerade. Mir macht es immer Spaß zu lesen, wie jemand über die Idee vom Leben schreibt oder redet, wie man lebt und so. Und deswegen habe ich ja auch sein Buch hier gelesen, Fische, die auf Bäume klettern, was ich wirklich, wirklich gut und interessant fand. Das war aber halt auch ein Sachbuch. Und jetzt habe ich nun bei der erste letzte Tag so das Gefühl, dass das irgendwie eine neue Auflage, ein zweiter Teil von Fische, die auf Bäume klettern sind, irgendwie will er so die Ideen, die er hier aufgeschrieben hat, will er hier nochmal neu überarbeitet oder ergänzt aufbereiten, aber halt nicht in Form eines Sachbuches, sondern in Form einer Geschichte. Und das finde ich falsch. Du kannst nicht ein Sachbuch schreiben, das so tut, als wäre es eine Geschichte, weil in einem Sachbuch, da kannst du lockerflockig, kannst du deine Ideen aufschreiben, erzählen, wie ist das, aber in einer Geschichte, da müsste das irgendwie subtiler passieren. Und das tut es nicht. In einer Geschichte, da wäre die Geschichte im Vordergrund und irgendwo nebenbei könnte man vielleicht noch irgendwas reininterpretieren oder rauslesen, was der Schreiber, die Schreiberin damit gemeint haben könnte. Also auf eine subtilere Weise. Und hier ist es halt so in your face. Es sind halt diese zwei Charaktere, die er sehr wahrscheinlich so konstruiert hat. Der hatte wahrscheinlich seine philosophischen Ideen und hat sich halt gedacht, welche Figuren würden denn da wohl gut passen, dass die sich mal darüber unterhalten. Und dann ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass diese beiden Figuren halt irgendwie er sind. Er redet irgendwie mit sich selbst wahrscheinlich, was ja an sich irgendwie nicht schlimm ist, aber das wirkt halt gerade bei so einem Thema so aufgesetzt und künstlich. Es hätte mir mehr gefallen, wenn das einfach eine Geschichte ist, aus der man subtil vielleicht noch irgendwas Philosophisches rauslesen könnte, anstatt dass es andersrum ist. Ich kann jetzt auch erstmals was Negatives, ein bisschen zum Humor sagen bei Sebastian Fitzek. Ich mag den Humor eigentlich. Ich fand es immer gut, gerade auch in Vor- oder Nachwörtern von Sebastian Fitzek und auch hier bei Fische, die auf Bäume klettern, fand ich es irgendwie gut, sympathisch. Ich mag den Kerl irgendwie. Aber hier hatte ich so das Gefühl, ja, jetzt übertreib es nicht. Am Anfang ging es noch echt gut los. Ich habe das Buch angefangen zu lesen und war so, ach, geil, haben wir wieder so den Sebastian Fitzek-Schreibstil mit lustigen Vergleichen, die man teilweise hat, wo man manchmal schmunzeln muss, manchmal auch echt laut auflachen, wie zum Beispiel bei Es war hier so leer, wie in einem deutschen Impfzentrum während der dritten Welle. Also sowas finde ich einfach mega lustig und das gefällt mir. Aber Witze, Vergleiche dieser Art sind halt irgendwann echt überdurchschnittlich viel. Ich hatte irgendwann so das Gefühl, er hatte sich so zum Ziel gesetzt, mindestens drei, vier solcher Vergleiche pro Seite zu schreiben, sonst ist diese Seite keine gute Seite oder so. Und da denke ich mir dann irgendwann, ey, bitte, ja, schön und gut, aber es langt jetzt auch langsamer. Und dann hat es halt einfach irgendwann für mich nur noch gekünstelt und aufgesetzt gewirkt, als würde er sagen wollen, jo Leute, ich kann auch mal was Lustiges schreiben, was kein Thriller ist. Das hätte er nicht so in your face machen müssen. Ich fand es ein unterhaltsames Buch, ein kurzweiliges Buch. Es hat mir irgendwo schon Spaß gemacht, es zu lesen. Und ich fand es auch interessant, diese philosophischen Gedanken von Sebastian Witze zu lesen und so ein bisschen auch mal was Neues zu lesen. Also tatsächlich war vor allem ein Gedanke, den ich noch nie so gehört habe, den ich super interessant fand, den er auch tatsächlich in Fische, die auf Bäume klettern, aufgebracht hat. Und wo er jetzt hier in Der erste letzte Tag quasi einen neuen Aspekt, einen gegensätzlichen Aspekt dazu aufgebracht hat, wo ich so war so, wow, okay, stimmt. Aber das finde ich halt interessant, dass du so eine Idee haben kannst, aber du kannst auch von der entgegengesetzten Idee nicht abgeneigt sein. Und das fand ich schon eigentlich ganz interessant. Aber wie gesagt, es war halt teilweise zu aufgesetzt, es war teilweise, finde ich, zu konstruiert und es hat nicht so locker-flockig gewirkt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es mehr subtiler passiert alles wäre. Oder halt einfach gleich ein Sachbuch. Dann hättest du es in your face machen können. Von daher ein absoluter Durchschnitt. Es ist ganz interessant, aber es hat halt auch einige Mankos. Dennoch kann ich es empfehlen für diejenigen, die einfach Lust darauf haben, mal philosophische Ideen von irgendjemandem zu lesen. Das ist jetzt nichts absolut Wegweisendes oder Bahnbrechendes, aber halt interessant.